Hat das irgendjemand von euch als Video? Das, das war ich? Oh, wow, ich denke schon. Was ist das für ein Geräusch? Vibriert der Baum? Nein, es, es klingt wie... Nein, das ist unmöglich. Kann es sein, dass sie tatsächlich existieren? Wer existiert hier? Oh, Breezy! Nicht zu fassen. Die gab es immer in den Gute-Nacht-Geschichten, die mir mein Dad abends erzählt hat. Warte, warte, das ist kein Content. Das ist ein echter Augenblick. Erlebe ihn, Pip. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Prinzessin Pip-Peddle aus Seferhals. Und ihr seid... Winzige, baumige Ponyfeel? Was zum Heu sind Breezies? Und viel wichtiger, sind sie gefährlich? Was, natürlich nicht. Sie freuen sich nur, uns zu sehen. Die Trider sagen, wir seien die ersten Ponys hier seit langer Zeit. Oh, diese Sprache verstehst du auch? Ja, sie sprechen unsere Sprache nur schneller, als die meisten Ponys es verstehen können. Da kann ich helfen, seht mal her. Könnt ihr das nochmal sagen? Und jetzt spiele ich das langsamer ab. Schon seit 100 Monaten haben wir keine neuen Freunde kennengelernt. Wir haben eine besondere Überraschung für euch. Folgt uns, neue Freunde. Der Nachtmarkt wartet. Der Nachtmarkt? Was ist das, Izzy? Ich hab nicht die hofigste Ahnung. Aber etwas aus Bridalwood, von dem ich noch nie gehört hab, das muss ich sehen.